hallo herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und seit heute gibt es ja den neuen app store für alle macs und um das ganze zu bekommen führt man einfach ein update von seinem mac durch wie man das macht ganz einfach man klickt hier oben auf den apfel und klickt dann auf update nach einem neustart des macs kommt man hier unten links ein neues symbol neben den finder dem app store start das ganze und bekommt denn dieses hier geöffnet wir sind zurzeit hier im spotlight das ist sozusagen die startseite und erst mal was ist der app store natürlich ist der app so genau das gleiche wie bei itunes der app store für das iphone den ipod touch und das ipad aber das ganze halt nur für den mac man hat hier also eine auflistung von programmen die man sich kaufen oder kostenlos herunterladen kann das ganze kann man dann hier bewerten sterne abgeben ein kommentar dazu geben und so bekommt dann hier das ganze so eine rangliste wenn wir uns jetzt mal das spotlight also im spotlight hier mal anschauen hier oben haben wir dann so eine kleine grafik wo uns immer verschiedene programme vorgestellt werden das sind also programme die hier gepusht werden sag ich mal von apple was haben wir hier mal live work ist natürlich dabei dann geht es weiter nach unten neu und beachtenswerte also neue programme die erschienen sind das werden natürlich jetzt ziemlich viele sein weil natürlich dieser app store für den mac erst seit heute online ist dann haben wir unseren account hier haben wir meist gekauft top aktuell und hier unten tipps der redaktion haben wir natürlich die top gratis programme und hier die umsatz stärksten genauso wie bei itunes dann haben wir hier oben das ganze noch mal in reitern aufgeteilt klicke ich immer auf top hits und bekommen dann hier wieder die meist gekauften und die meist geladenen hier haben wir unseren account und dann hier die das ganze noch mal in kategorien aufgeteilt die top hits kann man sich dann mal hier programme heraussuchen und alle anschauen hier nochmal extra reiter dafür dann kommen wir zu unseren einkäufen ich habe mir schon mal ein paar programme heruntergeladen und mir mal angeschaut ganz interessant dieser app store gehen wir mal zu den updates hier sieht man dass meine apps alle beziehungsweise meine programme keine apps oder programme sagen auf dem neuesten stand sind also wenn man sich jetzt über diesen app store etwas herunterlädt sage ich mal hier habe ich mir zum beispiel sind twitter klein heruntergeladen sich dass das ganze installiert wurde dafür natürlich dann automatisch installiert ich zeige dann mal wie das ganze aussieht wenn so etwas installiert wird und wenn er jetzt ein update kommt sage ich mal morgen kommt ein update klicke ich einfach hier auf updates geben das ganze angezeigt klicke einmal drauf und automatisch wie das ganze geupdatet gehen wir zurück auf die startseite und schauen uns mal irgendwas an ich gehe mal hier auf top gratis und schon immer alle an sagen wir mal klicken uns hier mal dieses programm immer an sehen aha hier in übersicht das meist ist die zeit auch auf englisch aber ich denke mal das ganze wird dann auch noch alles auf deutsch kommen dann sieht man hier ein paar bilder hier unten dann wie die leute das finden dieses programm geben sie zu sterne ab kommentare und wenn das ganze jetzt mir jetzt runterladen möchte klicke ich einfach hier auf gratis dann dauert es einen kleinen moment und zack ist das programm in meinem dock geflogen wie man sieht hier unten und das wird installiert dann hilft es einmal und das wurde installiert und auch komplett heruntergeladen jetzt klicke ich einfach drauf und das programm wird automatisch gestartet und ich kann damit arbeiten das ist natürlich ziemlich einfach das ganze und eine erleichterung denke ich mal für viele weil ich denke mal so viele es gibt auch einige leute die gar keine erfahrung mit computern max und weiteres haben und dafür ist das ganze doch ziemlich gut man kann sich programme hier raussuchen also alles empfehlenswert einfach mal vorbeischauen und schauen welche programme zurzeit hier unterwegs sind zum beispiel hier dieser twitter client der neu erschienen ist gleich platz eins und auch also viele programm hersteller nutzen jetzt diesen app store aus und bringen eine neue version von dem programm heraus und push natürlich pushen das natürlich mit dem app store oder bringen auch ein neues programm heraus also schaut mal vorbei das soweit zum app store und ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal auf wiedersehen